Willkommen zu einer weiteren Episode Hardcore mit Lemon. Doppelfastcam sollte wieder am Start sein. Dieses Mal aber bei beiden, wenn wir es hinkriegen, denn das ist meine GoPro. Und die werde ich gleich exklusiv für Lemon anschmeißen, dass der auch eine Aufnahme von mir hat. Ich weiß schon nicht, wie du dich da drauf pinst. Wenn so krasse Momente kommen und du so vom Stuhl auf springst, dann kannst du so zwei Kameras einblenden. Nein, die nehmen genau das gleiche auf. Ach ja, und weil wir natürlich dafür bekannt sind, sowas absolut nicht ernst zu nehmen, würde ich mal sagen, Prost. Das wiederholen. Oh Gott, das wäre so, als wäre es in so einem Raum. War das nicht eigentlich auch so bei jeder Horrorfolge, dass ich immer gegessen habe? Willkommen zu einer weiteren Folge Hardcore. Dieses Mal natürlich wieder mit Lemon. Man, willkommen zu einer weiteren Folge Hardcore. Natürlich mit Lemon, der da drüben steht. Warum wir in einem Loch sind, wissen wir nicht. Wir wissen nicht, wie wir hierher hingekommen sind. Hier hüpfen alle möglichen Menschen am Spawn rum. Und sind gerade noch in Skype mit SimSie. Du darfst jetzt was sagen. Oh, hallo, ich mag Ponys und Einhörner. Genau. Ja. Und ja, also wie es vielleicht die einen oder anderen jetzt bemerken werden, wenn ich den Chat einblende. Es ist wieder so weit, das ultimative Gespamme hat einer am Anfang. Wir sind wieder bei Intensive. Heilige Scheiße. Was haben wir jetzt vermisst? Ich spiele mit Lemon und wir sind unser Team McAfee. Weil wir müssen erstmal McAfee den stellen. Und nachdem ja allgemein bekannt ist, dass wir Hardcore-Spielmodi sowieso nicht ernst nehmen, würde ich mal sagen, Prost. Ja, Lemon, ich weiß. Oh, lol, es geht los. Hallo, äh. Ich sollte mein Bier erstmal runterstellen, sonst ist das wieder auf der Tastatur verteilt. Keine Flüssigkeiten, Tumpe Tastatur. Willkommen zu Intensive. Ich meine natürlich an einer neuen Folge Minecraft Hardcore mit Lemon. Äh, Gedi, wir haben uns abgesprochen, ne? Ja, wir rennen da rüber. In die Richtung. Wieso jetzt da rüber? Ich dachte, wir rennen wieder da wieder links entlang. Äh, nein, wir gehen ein Rennen durch die Wüste. Ja. Okay, rennen wir nach. Ja. Oh shit, da rennen wir eine lang. Gut, aber die werden jetzt, die werden fix, die ersten gehen, ist da fix an den Baum. Oh shit, ich bin voll weit hinten. Ich seh's. Äh, renn, renn nach rechts ab. Vorsicht, klar, Vorsicht, klar. Ich bin weg. Ich bin dran vorbei. Nach rechts. Nach rechts. Nach rechts, ja. Sind wir noch, ja, gut. Das ist ein Tempel, das ist ein Tempel. Das ist ein Tempel, nice. Äh, wie gesagt, die haben gesagt, dass die fallen sein konnten, ne? Ist nicht schlimm. Aufhören zu sprinten, aufhören zu sprinten. So hüpfen, meinst du? In den Tempel gehen wir jetzt aber noch nicht rein. Doch. Obwohl, wir haben keine Ausrüstung, shit, ich bin drin. Kommst du noch raus? Äh, gib mir einen Moment, ich komme, wir kommen, wir kommen raus. Okay, ich bin hinterm Tempel. Vorher sind Leute, da sind Leute, weiterlaufen, weiterlaufen. Ja, aber nicht springen. Ja. Lass... Da, in den Wald, in den Wald. In den Wald. Bist du wahnsinnig? Das ist wieder Richtung Spawn. Ja, wurscht. Da müssen... So, ich hab das Schwein getötet. Drückwärtsch. Okay, vorsichtig auf dem Berg. Damit nicht glaube, da hinten ist am Tempel jemand. Ich bin Nummer 5, ich sehe gerade so keinen. Ja, wahrscheinlich, weil er jetzt gerade sneakt. Okay, ich schnapp mir jetzt vorsichtig einen Baum. Ich hab mir gleich einen Rough Venge mit einem Holzschwert. Ich, nee, ich schnapp mir den gesamten Baum und dann wudel ich mich in den Boden ein. Was ist denn mit Essen? Hast du, wie viel Schweinefleisch hast du? Äh, drei. Scheiße! Da ist er immer nicht mehr tot. Ja, wir sehen uns drüben, ne? Hast du ein Schwert? Nope, noch nicht. Cool. Alter, der leckt richtig hinter mir. Ich sehe es gerade. Oh, ich glaube, er hat dich einmal gehäten. Flüchte in den Tempel, flüchte in den Tempel und schau, dass du in den Tod reißt. Das wäre zumindest lustig. Ja. Ach, Mann, ist das jetzt doof. Ja. Shit! Nein, meine größte Schwäche. Ah, scheiße, der hat sich nicht abgebaut. Ja, ich bin tot. Wie? Ja, Mann, Alter. Der hatte ein Schwert. Das weiß ich. Ah, ich konnte nicht von ihm flüchten. Wo hatte der denn Essen her? Von der Mitte? Okay, gut, das war's. Ja, aber wo hatte der denn Essen her? Der konnte ja ewig lange sprinten. Ja, kein unterwegses Schweingetöne hat sich voll gegessen. Hm. Kann viel sein. Gut. Hm, what the fuck? Mal schauen, wie viele sich jetzt in Skype schon wieder aufregen mit dem Brauch. Ja, kann sein, dass es vielleicht noch ein Research gibt. Vielleicht hab ich ja wieder was gelockt, ne? Ich könnte natürlich jetzt auch sagen, ja, Waleck, Waleck, Waleck. Ja, wurscht. Schön. Gut. Ähm. Wurscht. Was machen wir? Machen wir bestimmt nur ein Facecam. Wir können jetzt Livehacks machen. Oder sowas. Keine Ahnung. Hörst du mal lieber meine Aufnahme im Vordergrund? Ja, das machen wir jetzt. Also, so, so. Ich hab selber keinen Bock mehr. Vor allem ganz ehrlich, ich hab keinen Bock mit solchen Leuten, die zu zocken. Das kann ich voll verstehen. Wir können mal gucken, ob wir sowas auf Mod machen können. So mit richtig kompetenten Leuten. Das wäre ziemlich witzig. Als ob die Leute kompetent sind. Sogar so ein bisschen geplant sogar vielleicht. Dann könnte man damit echt was reißen. Ich hab noch einen negativen Rekord. Ich baue immer weiter ab. Beim ersten Mal, wo ich dabei war, war ich neu im Finale. Okay, das war die Aufnahme. Tschüss. didn't. Tschüss. 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 Vor allem. Tschüss. Musik. 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 tay.